Spookadop, Spookadop-Dop-Dop-Dop, Zeit für ein Horror-Filmchen. Willkommen, Monster, Ghouls und alle Nachtliebhaber dazwischen zu Jellystone's 17. jährlichem heimsuchenden Horrorfilm-Festival-Spooktakel. Unsere erste Schauergeschichte des Abends ist einer meiner Kriechlinge. Schauergang, Bühne, rechts. Die Rache der Grausamen. Und dann nimmt er die Handtücher weg, unter denen ich lag und sagt, Ma'am, diese Umkleide ist nur für Männer, sie müssen gehen, bei uns ist das verboten. Unöflich. Genau, oder? Ich bin doch offensichtlich eine Miss und keine Ma'am. Versucht da jemand einzubrechen? Überwachungskamera. Die, raubt er uns aus? Wir müssen sofort Maggella informieren. Setz dich nicht aufs Klofretter, Alvin's poltert, ein Poltergeist. Aber ich muss ganz dringend mal, Bami. Er geht nicht ran. Dann ruft die Polizei. Oh nein, das Waschbecken hat es auch oben abgesehen. Klappt auch nicht. Wir haben keine Wahl. Diesen Kriminellen aufzuhalten wird also... ...unsere Aufgabe. Wir schaffen das, wir sind die Abendschicht. Wir beschützen den Laden vor jedwiger Gefahr. Also öffnen wir schwungvoll die Tür und stürzen uns auf ihn etwa. Ja, bleib zurück, Verbrecherchen. Und dann mache ich eine coole Sprungrolle so und lande auf ihm und halte ihn fest. Und dann zeigst du ihm deinen Spezialanheiz-Karateschlag und er wird bewusstlos. Und dann rufen wir, du stehst unter Ladenarrest. Fetter Ladenarrest, ja. Und dann gibt's einen Klaps auf seinen Gauner-Hintern von mir. Äh, Schachkier? Oh oh, ich würde sagen, wir gehen einen Gauner schnappen, meine Süße. Klasse! Klasse! Ich wollte doch einen stressfreien Mittelsabend. Jetzt müssen wir diesen Quatsch machen. Wenigstens hat Magilla derweil im Kino Spaß. Ich hoffe, du hast noch Hunger. Es gibt Torte mit... ...Schreiskreis! Und ein paar Erdbeeren. Bestreut mit Schocken! Aber vor dem Dessert gibt's Maiskolben vom Spinnbebergrill. Alles, was man braucht für dein ausgewogenes Buh-Film. Hä? Wieso tue ich mir das nur an? Ich wette, er amüsiert sich sehr. Da ist er! Lupi, wir bekommen das hin. Wir schaffen das. Und niemand wird je wieder in diesen Laden einbrechen wollen. Yeah! 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 Ha! 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 Meine Flosse schreckt strich mein Fuß! Äh... Ist der... T-t-t-t-t... Sag es nicht. Er hat keinen Puls. Oh nein, was haben wir getan? Moment, ist das schlimm? Ja. Sogar sehr. Oh nein, was haben wir getan? T-t-t...